Mensch, letzte Folge war aber ziemlich süß. Und damit geht es hier heute weiter nach einer kurzen Pause. Ich bin leider krankheitsbedingt ausgefallen. Wir gehen jetzt hier in... ...die wahrscheinlich letzte Welt in diesem Spiel hier. Achso, übrigens, willkommen zurück zu Disney's Castle of Illusion. Da war eine Spinne. Oh, ist das laut. Wir haben hier Kerzen als Wurfgeschosse. Okay, aber euch kann man doch einfach ganz normal besiegen, ne? Ja, okay. Ja, so ist doch nichts Wildes. Nichts Neues. Was ich übrigens bei Miki Maus ziemlich nice finde, ist, dass man oft... Wir laufen gerade auf dieser Ebene, aber oft kann man auf der hinteren Ebene auch noch laufen. Später. War cool. Ja, aber sehr berechnend, Miki Maus. Also, alles easy. Wir hüpfen hier einfach... Was sind das da für Bilder eigentlich? Wer ist das da? Und wir kommen da hoch. Au! Ich wollte hier nicht runter. Warte doch. Nein! Ach, komm. Komm, jetzt werf nochmal. Zeig, dass du... Äh, Eisen hast. Oh! Aufwahl, das Secret. Cool. Geil, der Donald Chili. Ich frage mich, wie viel wir insgesamt schon haben. Und einmal runter hier. Okay. Kommt ihr durch? Nee. Hallo? Kannst du bitte auslösen? Dankeschön, 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 werter Herr Ritter. Wah. Ach. Ja, cool. Ich verfeierbälle. Aber ich spare mir die erstmal. Wir haben ja nur fünf von denen. Also... Oh Gott. Cool hier. Au, ich wollte mich gerade ducken. Was stimmt denn nicht mit dir? Ah. Das war ja voll die Falle. Oh nö. Komm, weg da. Ja. Au, ich treffe mich ja. So, keine... Nein. Hä? Wieso? Mano, ich konnte doch da vorhin hoch. Hä? Verstehe ich nicht. Geh doch einfach da hoch. Ich glaube, ich bin heute zu dumm für Mickey Mouse. Komm, hier. Keine Zeit. Letztes Level. Komm. Miserable, die wird ihr fett heute richtig fett... Nee, gar nicht. Gar nicht heute. Du musst ja doch die ganzen Sachen sammeln. Aua. Ich muss einfach geduldiger werden. Du musst einfach geduldiger werden. Hä? Ich verstehe nicht, warum ich das eine Mal da oben stehen konnte. Aua. Hä? Ich verstehe es nicht. Mickey. Sei bitte nicht so unrechenbar. Hä? Ich will doch da oben zur Truhe. Ich will die Chili mitnehmen. Mickey, komm. Hab ein bisschen Mitleid mit mir. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Wir machen das ganz entspannt hier. So. Da verlieren wir auch keine Leben. So. Jetzt warten wir auf den da. Okay. Man muss so rechtzeitig dann nochmal die Sprungtaste drücken. Dann geht's wohl. So, und das machen wir ganz vorsichtig. So. Los, löst da aus. Lass mich jetzt vorbei. Dankeschön, der Herr. Nein. Aber soviel zum Thema. Vorsichtig, ne? Und die Fledermaus halt noch erwischen. Wir haben nur noch vier Kerzen. Äh. Ja. Hättest du wohl gedacht, hä? Hättest du wohl gern, dass ich hier von deinen Dingern getroffen werde? So, einmal so. Einmal so. Und dann die da. Kein Lebewesen ist vor mir sicher. Geht's hier hier irgendwo lang? Hallo? Ja, denkst du, ich bin so gierig und falle auf deinen komischen Trick da rein? Okay. Ich bin gespannt, was... Ja, und ich vermute, dass die letzten beiden wirklich in dem Level hier sind, beziehungsweise in dieser Welt. Okay, der scheint sicher zu sein, ja. Okay, okay. Ich bin auch gespannt, was diese Welt hier noch für Twists bereithält. Diese Bibliothek, die hat da zum Beispiel, ähm... Ja, diese Zuckerwelt. Wow. Irgendwann haben wir einen Twist gehabt. Kann man hier irgendwo hoch? Nee. Ih, was ist das denn? Würde ich gar nicht wissen, was das ist. Was, äh, die gute Missy hier alles für... Äh, sieht alles sehr gefährlich aus, oh Gott. Aber auf eine schöne Art und Weise herausfordernd. Das ist auch nicht so, dass man denkt, das Spiel wird irgendwann unfair. Zumindest bis jetzt nicht. Das ist alles soweit im angenehmen Rahmen. Dass man hier gut durchkommt, ohne groß Frust zu haben. Okay, so. Mal gucken, wie das sein wird, wenn ich dann alle Sachen sammeln möchte, die mir noch fehlen. Alleine für die Zeitrennen müssen wir ja einmal, ähm, jedes Level noch einmal besuchen. Oh, irgendwie cool. Oh, oh. Hey! Das musst du doch erstmal wissen. Das weiß man doch gar nicht. Vorsicht, Micky. Da habe ich das Spiel gerade so gelobt. So, Vorsicht. Boah, Micky, deine Ohren. Pass doch auf. Und steh raus hier. Wo aufgeschossen, kann ich immer gebrauchen. Ja, haha. Du denkst, du kannst mich überraschen, aber nicht mich. Nicht mich, die einzig wahre Mickey Mouse. Klappe. Nein, jetzt habe ich mir das hier kaputt gemacht. Ja, Mist. Ist der Ritter wieder da? Nee. Moment, ich gehe noch ein weiter. Ist der Ritter jetzt vielleicht wieder da? Ritter. Nee, natürlich bleibt er jetzt tot. Ach, Mensch. Aber gut, wenn mir nur zwei fehlen, dann weiß ich ja, wo ich die dann finde. Oh, warte, da ist noch eine. Haha, wusste ich doch, dass das hier... Oh, warte. Yes. So, ich mache mal schnell hier. Ich habe Angst, dass einer von denen auslöst. Kann man die auch vorher sehen? Welche von denen auslösen, welche nicht? Wow. Du spinnst doch, sag mal, Kollege, hier. So. Okay, der sieht entspannt aus. Du siehst nicht so entspannt aus. Kommen wir da rechts weiter. Okay, jetzt eine Truhe. Boah, Alter, wie viel ist das denn hier? Cool. Hier ist, glaube ich, in Missis Schatzkammer... Hey, Spinne! Okay. In Missis Schatzkammer gelandet. Äh, hallo. Kannst du mir mal nicht im Weg stehen, bitte? Dankeschön. So. Hopp. Das ist gar nicht, wo wir hier langsorgen. Wow. Nein. Nein! Ach, nö. Da wäre ich doch lieber gestorben jetzt. Oh, den ganzen Weg der Verneulatsung. Wegen dem einen Ritter da. Kann man hier nicht irgendwo weiter? Nee. Wow. Okay, ist ja okay. Dann gehen wir den ganzen Weg nochmal. Den ganzen Weg. Noch einmal. Ein... Au. Och. Dass die immer wieder kommen. So. Kannst du auslösen, bitte? Dankeschön. Das ist gar nicht so einfach. Denn Gefahren lauern überall. Gefahren lauern überall. Och, scheiße, Mann. Wo sind wir jetzt? Oh. Also langsam, ne? Kollege. Ritter. Langsam reicht's mir mit dir. Muss auch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber trotzdem. Die wollen's auch langsam, ne? Die wollen's provozieren langsam, dass Mickey Maus hier ausrastet. Die wollen, dass Mickey Maus hier... Und so weiter, ne? So. Oh, du bist doch ein... So. Okay. Der war nicht, ne? Nee, der hat nicht aus... Nein, Mickey, spring doch. Hat nicht ausgelöst. Und das war die letzte Kerze. Aber hier gibt's ja eh Kerzen. Beziehungsweise eine haben wir dann. Ich bin guter Dinge, dass wir bisher alle Diamanten gefunden haben. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich hier gerade so ein Problem hab. Ich mein, es ist ja eigentlich alles... ...sehr berechnend hier. So, haha. Ja, guckst du, Ritter, hä? So, wo geht's hier lang jetzt? Jetzt, wo sind wir denn hier? Sind das die Kerker des... ...Schlosses? Oh, nee, nicht sowas. Okay. Aber kriegen wir hin. Ich bin noch geskillter Jump-Runner hier. Okay. Okay, nein, nicht gierig werden, eher nicht gierig werden. Wir kommen doch schon irgendwie hin. Dumm, 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 dumm. Da, 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 da. Ich springe hier auf Holz. Auf Mickey und sein Holz. Yeah. Oh, boy. Was war denn das? Oh, ach so, okay. Oh, schöne Aussicht. Oh, schön mal nach draußen gucken zu können gerade. Hey, guck mal, die Ritter lassen Enten. Ah. Es kann doch nicht so einfach sein. Da kommt doch gleich die Schatten, Mickey. Das war so einfach jetzt? Okay. Ja, nehm ich gerne mit. Das habe ich mich auch schon gefragt, Mickey. Riesig. Wow. Riesig anscheinend. Oh, ne, keine, keine komische Fische. Ich mag die nicht. Immerhin kann Mickey unendlich lang den Atem anhalten. Na, schwimm, Mickey. Gibt der Bestes. Nein, keine Fische. Au. Das ist aber schon weg hier. Bevor wir das Zeitliche segnen, das hätte ich nicht gern. Hilfe. Komm, wir sind doch unverwundbar. Ah, scheiße. Wie soll man den denn kriegen da? Komm, wir machen das nochmal. Vorsicht, Mickey, ne Falle. Dam, 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 da, da, da. So. Wie kriegen wir da oben... Wobei das Leben... Oh, diese Fische. Ähm. Die Leben sind mir eigentlich egal. Ich möchte eigentlich nur... Wow. Einfach nur die Diamanten haben. So, ich warte mal. Dass der Fisch vorbeigeschwommen ist. Okay. Mit Vorsicht und Bedacht geht das doch ganz gut hier. Ah, nein, ich wollte nach oben, aber die Strömung hat mich mitgerissen. Da war jemand. Oh, das ist ja gemein. Da unten kommt gleich ein Diamant, gefolgt von einer Tonne. Okay, dann haben wir den. Das müssten die ganzen Diamanten mit der Strömung sein. Jetzt machen wir noch die, die sich nicht mitreißen lassen. Wunderbar. Nach links können wir nicht. Also grafisch ist das schon ziemlich top aufgebaut hier. Machen wir erst mal dies. Das war ja fies. Den sah man gar nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch nichts sehen, aber... Ich lasse es auch so, dass ihr nichts seht, weil ich sehe gerade auch nichts. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Okay. Guck mal, da ist doch schon Licht. Und eine Falle. Oh nein. Nein, Micky, lauf. Oh Gott. Ha. Da muss ich die Missy... ...schon was Besseres einfallen lassen, wollte ich sagen. Okay, ist ja kein Thema. Ist ja... Oh, I know. Das ist ja voll schwer hier. Hey, aber wo sind die Lichter? Das Problem war jetzt, weil die Diamanten weg waren, so... ...wusste ich nicht, wann ich springen sollte. Die sind ja eigentlich immer ein guter... ...guter Hinweis, aber wenn die nicht da sind, dann ist das doof. Und eine Falle. Oh nein. So. Jetzt aber... Jetzt weiß ich ja, dass die Sachen einstürzen. Also alles halb zur Welt. So. So. Man muss einfach mit dem Flow schwimmen. Einfach mit dem Flow schwimmen, dann ist das doch kein Thema. Nein. Oh Gott. Wow. Da unten ist ein... Ah Mist. Ist es zu spät. Ein Diamant, da werden wir auf jeden Fall übersehen. Kommen wir das denn hier noch weiter hoch? Passiert hier noch irgendwas? Oh, warte mal. Aha, guck mal, wie versteckt... Wie versteckt ist das denn? Ich habe diese Plattform mal gerade gar nicht gesehen. Ich dachte, man läuft auf dem Rad selber. Okay. Echt, Nick, hier war ein Uhrenreiniger. Das wusste ich gar nicht. Okay, da. Kommt man da überhaupt dran? Ich weiß es gar nicht. Müssten wir ja. Einen anderen Weg gibt es hier ja nicht. Das ist aber alles hier eine knappe Sache. Okay. Den lasse ich erstmal. Obwohl, nee, wir gehen da jetzt nicht jetzt hin. Weil links geht es höchstwahrscheinlich weiter. Dann nehme ich da, sind Diamanten mit. Dann müssen wir die dann nicht mitnehmen, wenn wir hier auf Zeit machen. Zack. Jetzt aber schnell, bevor der Ritter wiederkommt. Gott, die Musik macht mich total duselig hier. Wow. Mein Gott. Nein, jetzt habe ich die Chance verpasst, oder? Nein, habe ich nicht. Okay. Okay, 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 okay. Alles soweit. Nein. Au. Ey. Warum sind die Fledermäuse hier so gewalttätig? Oh, oh. Oha. Möchte nicht zerquetscht werden? Ich stelle mir das etwas schmerzhaft vor. Okay. Dann müssen wir wohl da hoch. Oh, diese Fledermäuse, ne? Ich hasse euch. Wo geht es denn hier weiter? Nein. Och, Mann. Die fliegen genauso, wie ich. Klopfe da jetzt. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, war das knapp. Ah. Nein. Hilfe. Micky, was machst du? Hä? Nein. Oh Gott. Ich bin doch gar nicht wach genug dafür. Okay, ich gucke mir das kurz mal an, was da so passiert. Man kann sich aber bei denen ducken. Aber wo sollst du denn dann weitergehen? Hä? Hä? Ich habe mich geschlossen. Moment, den warte ich noch ab. Und jetzt geht es aber los. Zack. Zack. Und ducken. Und laufen. Und springen. Und ducken. Und dann müssen wir da oben weiter. Na gut. Dann, wenn das so ist, dann gehen wir da hoch. Nein. Moment. Dann gehen wir halt jetzt da hoch. Ne. Hä? Ich verstehe. Müssen. Okay, ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Das ist doch alles kein Thema. Ich bin doch ein Genie. So. Dann folgen wir einfach mal den Zahnrädern. Und hoffen nicht, zerquetscht zu werden. Nein, Moment. Wird das unser Gegner sein? Ein Ogre? Geht es denn da hin? Da ist eine Chili. Moment. Die werden auch gelachen, wenn wir die nicht noch kriegen. So. Oh, damit haben wir. Ich habe eine Errungenschaft. Das heißt, wir haben jetzt alle Chilis eingesammelt. Oh, das finde ich gerade nice. Nein. Das heißt, wir können das eine Kostüm dann tragen. Irgendwie mag ich das Außen der Metallobjekte hier. Aber wo geht es denn jetzt hier weiter? Hier oben? Ah ja. Nein. Mickey Mouse macht das klar. Er hat trotz jeder Gefahr. So, nochmal. Oh, jetzt aber. Komm. Ja. Ich habe immer Angst, Gegner so zu töten. Oh Gott, Hilfe, da ist Ende. Und hier ist auch Ende. Aber ich nehme lieber das Ende hier. Ciao. Ciao. Das Schloss. Akt 3. Du bist ein Uhrenmacher? Oh, was ist mir Ruhe? Oh. Ha. Ja, wenn ich auf den Kopf springe, tut das ganz schön weh. Aua. Nein, spring doch drauf. Achso, so kann man nur... Okay. Ich habe nämlich ganz schön dicke Schuhe an. Oh Gott. Nein. Oh Gott, ist ja noch nicht so gut. Nein, okay. Boah. Warte mal. Ich kann doch einfach geduckt bleiben. Du triffst mich doch eh nicht. La, 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 la. Den jetzt auszuweichen. Irgendwie ist das schwer. Ja. Ah, wir müssen... Boah. Den zu den Uhrenlocken dann. Äh, zu den Glocken meine ich. Okay, noch einmal. Noch einmal. Wo sind die Glocken? Komm her, Glocke. Nein. Hier bin ich. Komm her. Yes. Das heißt, wir haben es gleich, oder? Wenn es keine Überraschung kommt. Bitte sei nicht ausgefuchst und habe eine neue Technik. Ah. Ha. Nimm das. Der lebt ja immer noch. Nein. Nein. Ah. Ach, Mando. Oh. Wir hätten den nur noch einmal treffen müssen. Der ist nicht einfältig, der ist gewalttätig. Schauen wir dir an, wie er eben mit seinem Holzhammer rumläuft. Das ist eine Gefahr für die Gemeinde. Eine Gefahr für Entenhausen ist er hier. Wohnt Micky eigentlich auch in Entenhausen? Wo wohnt der eigentlich? Ich dachte immer an Entenhausen, wo nur Enten. Wobei Donald ja eher eine Gans ist als eine Ente. Okay, also wenn man weiß, wie der tickt, dann geht der eigentlich ziemlich leicht. Und auf seine Hohlbörne. Komm her. So, noch zweimal müssen wir den treffen. Also gleich nur noch einmal. Oh, die Uhr hat sich umgestellt. Oder? Nee. Der Blickwinkel hat sich nur geändert. So, komm her. Äh, du bist mir gerade ganz schön da. Guck mal, wie er sich freut mit seinem Grinsen im Gesicht, dass er uns gleich einer auf den Poppes haut. Ja, von wegen. So, die letzte Uhr, die kommt, glaube ich, dann hier runter. Ist halt die... Ja. Yes. Ja, da guckst du, hä? Mit deinem Stern auf den Kopf. Gib die mal her. Ich brauche nämlich ein paar Leben gerade. Nein, halt nicht. Der letzte Diamant, da ist er. Schaut ihn euch an. Den nehmen wir jetzt. Und dann... ...stecken wir den letzten Diamant in den Brustkasten. Okay, wir können die Regenbogenbrücke ja schon mal erscheinen lassen. Oh, die Musik ist immer so ansteckend, Entschuldigung. So, mal gucken, wie die aussieht dann, die Regenbogenbrücke. Ob die aussieht wie bei Greener of Timeline. Wow. Oh, wie schön. Oh, die haben wirklich einen Regenbogen gemacht. Auf dem man laufen kann, ist der nicht schön. Ja, aber da laufen wir erstmal nicht hin. Mini kann jetzt warten jetzt. So lange gewartet jetzt. Also wenn es jetzt nicht schon zu spät ist, sie zu retten, dann weiß ich auch nicht. Also können wir uns jetzt ruhig Zeit lassen. Oh, ich sehe gerade, uns fehlen noch 75 Diamanten. So, ich möchte gerne nochmal schauen, was uns jetzt im letzten Level alles fehlt, bevor ich die Folge beende. Ob wir wirklich viel gekriegt haben oder ob wir wirklich viel verpasst haben. Gibt es hier eigentlich auch neue Bilder? Ist das hier neu, ne? Ja, im letzten Level gab es da nicht wirklich viele neue Gegner. So, wir können jetzt das Forscher-Outfit anziehen, wenn wir wollen, mache ich aber erstmal nicht. Den Bücher-Wurm, den kennen wir schon. Ja, ich glaube nur der Ritter war jetzt neu. Ah, guck mal, jetzt sind hier so dicke Ketten und so Mobiliar. Möbel, ja, wie auch immer. So, wie sieht es aus? Hier fehlt uns 15 Diamanten. So viele. Und natürlich so ein Ding. Und hier fehlen auch so viele. Das wird spaßig, die alle zu finden. Weil das machen wir nächste Folge auch. Wir gehen dann auf die Suche nach den Diamanten und fangen dann hier an. Ich werde mich dann vorher immer erkundigen, wo die sein könnten. Ich möchte halt nicht jetzt dann währenddessen, natürlich sammeln wir auch die Schlossstatuen und so, ne? Alles, was noch hier sammeln wir dann ein. Ich möchte halt nicht, dass dann alles so lange dauert und ich dann da Ewigkeiten im Level suche, sondern dass das hier zack, 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 richtig schnell geht. Und, ähm, ja, bis dahin macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir dann anfangen, die letzten Diamanten zu sammeln. Und dann geht's auch schon zu Misi. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.